Ja Tobi, das Bier ist lecker. Zeig das mal. Das ist unser Ferienpilz. Der Sommer aus der Dose steht hier drauf. Das haben wir in die Box. Unsere Angelstelle. Ja wir sind hier alleine. Haben uns hier einfach mal in See gepachtet für heute. Unser kleiner Privatsee. Mit Tobi, dem geht es gut. 25 Grad im Schatten. 8 Uhr abends oder ist es schon 10 Uhr? Halb neun. 10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends, das sieht ja gleich aus mit der Sonne.